Willkommen zu gleich. Was? Willkommen zu gleich? Ach, frag nicht. Wir sind jetzt in gleich. Oder später, oder... Ui, ui, diese... Ah ja, das hab ich schon. Oh Gott. Warte. Oje. Upp. Toll. Diese Wellen sind ja schon toll. Die sind so toll. Nein. Aber das ist jetzt aber assi gewesen. Ah, das ist Spiel schuld. Spiel ist schuld. Ich bin der Pro. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Da, das Spiel. Das Spiel ist es. Ich weiß ja nicht mal, wenn ich wo hinziele, ist es eigentlich Glück. Eigentlich ist das Spiel wirklich ein bisschen Glück. Einfach, wo die Kugel so hinfliegt. Du kannst ja nicht sagen, ja, die wird hier dann nach links und dann nach rechts. Die wird jetzt hier aufprallen. Dann wird sie hier rüber. Dann wird sie genau an diesen, weil der kommt gleich jede Sekunde wieder. Und dann wird sie hier aufprallen und... Ja, der wird jetzt hier so aufprallen und dann... Oh, meine Berechnung war falsch. Ja, leider. Er hätte eigentlich noch da. Siehst du? Geht nicht. Das ist nicht normal. Oh, das war normal. Oh Gott, das ist doch scheiße. Na, komm. Vor allem meine Stimme immer. Na, na. Ich frage mich, wie sich das anhört. Ich muss ja mal ein Video gucken. Das hört sich bestimmt übel beschissen an. Na. Oh je. Na. Das kann was werden. Ich versuche, äh, das zu meiden. Also, euch gefällt sowas, aber... Ich bezweifle das sehr. Nee, mach weiter. Mach weiter, na. Ach, soll ich? Nein, bloß nicht. Oh. Super Weitschuss. Wow. Willst du mich verarschen? Manchmal denke ich mir, wenn ich die einfach gar nicht benutzen würde, würde es auch gehen. Siehst du? Ach, Mann. Das war doch doof. Ab, 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 ab. Freikugel? Nur weil es daneben war. Nee. Ich glaube nicht. Wow, ich habe eine Freikugel, weil ich getroffen habe, aber ich habe nichts anderes getroffen. Ach so, wenn man einfach gar nicht trifft, dann bekommt man eine Freikugel. Das ist ja toll. Hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Hm. Dann wiederholen wir halt. Hilft ja nicht. Ich glaube... Ich glaube, ich werde danach aufhören. Mit Piegel, Peggel, was auch immer. Ich habe mal gehört, dass einer Peggel gesagt hat, aber bin mir nicht sicher. No. No. Alter, das ist so seltsam. Mein Mann. Krrrr. Ich werde hier gleich aggro. Achtung, dieses Spiel kann Aggressionen verursachen. Weitere Infos zu BZ, B, A, B, G, was auch immer. Heißt doch immer, beim Lotto bloß halt mit süchtig machen. Meep. Boah, Freikugel. Immerhin. Die hätte aber jetzt treffen können. Bitte, also komm schon. Muaah. Muaah. Freikugel. Muaah. Ich mache es schon wieder, ne? Ich brauche eine neue Taktik. Ich schieße jetzt mal da hoch. Das klappt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja. Boah, das war ein geiler Zug. Aha, aha, I like it. Boah, noch ein geiler Zug. Boah. Alter, was habe ich heute? Ich freue mich halt. Das ist meine Art, mich zu freuen. Er ist gruselig, der Typ. Ey, was? Was hast du gesagt? Nix. Also, na dann. Das müsste ich, ich müsste, ich müsste mal ein Horrorspiel, so ein richtiges Horrorspiel spielen. Nein, aber, boah. Alter, das ist wieder so kalt einfach nur. Aber ich mache eine Adventure-Map, da kommt es dann immer. Boah. Ähm. Wenn sich die bewegen, ist das ja richtig krass. Die blöde Kugel hat's. Ist schuld. Geh rein! Ah. Ah. Ja, jetzt aber. Komm schon. Oder an einem Triff. Ja. Ist jetzt eingegangen. Oh Gott, Freude, ich würde da funken, blablabla. Ja, können wir weitermachen? Oh Mann. Das Spiel hat was. Ui. Schüsse 14. Wir hatten vier Freikugeln. Nice. Freikugeln? Ja. Äh. Ja. Ja. 93%. Okay. Schussfieber. Äh, Schusspunkte. Fieberpunkte 11.000. Stillpunkte 80.000. Okay. Wir machen noch nächstes Level vorlesen, aber wir beenden dann schon. Du kannst die Flipper Eber, Flipper Eber, keine Ahnung, in angehobener Position halten, in den, das ist eigentlich französisch oder sowas, aber ich kann nicht französisch, also mache ich es irgendwie auf Schweizer Art, aber ich kann eigentlich gar kein Schweizer Akzent. Zeig, Zeig, Dings. Was? Äh, gedrückt jetzt. Oh Gott, ich kann sowas nicht. Erschalt, reden. Hauptmenü. Dann müsste ich irgendwie dann anders machen. Was ist das eigentlich? Optionen, Demo. Sieht ja da gespeicherte Sofortwiederholungen an. Ich hab keine. Peggel-Institut. Okay. Ich beende hier etwas früher als sonst, aber wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal. Ciao.